Hallo zusammen, da bin ich mal wieder. Heute habe ich für euch schon ein paar kleine Helferchen, die wirklich unbezahlbar sind, weil sie uns den Alltag beim Nägel machen wirklich erleichtern. Und dabei kosten sie eigentlich gar nicht viel. Das erste ist mein heiß geliebtes Löffelchen. Als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, wofür braucht man denn so einen Mini-Löffel? Aber der ist einfach Gold wert, wenn man so Pigmente irgendwo reinfüllen will. Also eine ganz mini-kleine Menge braucht, dann ist der genau der richtige Kandidat. Oder wenn man einen Schuckering machen will, dann geht das richtig gut. Habt ihr natürlich schon mal was vorbereitet hier. Also tragen wir jetzt hier einfach mal einen Versiegler auf und machen das Ganze mal an diesen Tipp. So. Ja, und dann fragt man sich ja mal, wie kriegt man das Ganze denn auf den Nagel drauf? Und da kann man das mit diesem Schippchen, also mit diesem Löffelchen, wunderbar drauf streuen. Das geht richtig gut. Man kann es auch schön gezielt, also wenn dann noch irgendwo was fehlt, an spezielle Ecken, einfach eine Schippe drauf. Je nachdem, wie viel man halt braucht. Und das kann man damit eben richtig gut dosieren. So. Wenn wir alles richtig satt eingeschaufelt haben, klopfen wir das Ganze ab. Selbst das geht damit sehr gut. Und dann kann das Ganze schon ins Lichttartigerät. Und ihr habt ja jetzt sicherlich gesehen, dass ich mit diesen kleinen Schälchen hier meine Pigmente aufgefangen habe. Und das ist schon unser Helferlein Nummer zwei, weil das für sowas ideal ist. Also da kann man einfach so alles, was man beim Schuckering drüber rausstreut, praktisch wieder ins Töpfchen reinschütten. Ohne, dass es irgendwie was verloren geht, dass alles dreckig und verschmiert ist und glitzert und klebt. Also das ist super praktisch. Eigentlich für alles, was irgendwie kleines und auf dem Arbeitstisch gefährlich ist, dass es in der Rabuche verschwindet. Also ich habe hier zum Beispiel mal bei einem Video solche Schnipsel mir geschnitten. Die habe ich dann in so eine Schale getan. Oder was natürlich auch praktisch ist, für Strasssteinchen kennt ja jeder. Die kommen in der Tüte daher. Ja und wie kriegt man die Dinger gepflegt raus? Gar nicht. Also schüttet man sie irgendwo hin, die springt davon. In dieser Schale passiert das überhaupt nicht. Also die fallen gepflegt da rein. Ja und dann kann man die ganz normal aus dieser Schale, so wie sie hier drin liegen, schön aufpicken. Das ist natürlich super praktisch. Und direkter Übergang zu unserem nächsten Helferlein, Helferlein Nummer 3, das Nählart Tool. Das ist richtig cool. Also es sieht Rosgold aus. Das muss einfach schon mal jeder haben. Das gehört in jedes gepflegte Nagelzubehör, weil es so schön aussieht. Und es hat zwei Seiten. Auf der einen Seite haben wir einen Wachsstift und auf der anderen Seite ein Nählart Tool. Und mit dem Wachsstift kann man ganz klasse Strasssteine aufnehmen. Also die pickt man einfach nur so an. Dann bleiben die an dem Stift kleben. Und dann setzt man sie einfach auf den Tipp, wo man sie platzieren möchte, wieder ab. Und das macht man dann so lange, bis man alles aufgepickt hat. Dieses Nählart Tool auf der anderen Seite, das ist natürlich auch eine coole Sache. Denn damit kann man viele Sachen machen. Zum Beispiel, wunderbar geht das zum Spidern. Also ich finde, das geht sogar noch besser als ein Dotting Tool. Weil an dieser Kugel hängt dann immerhin so das Spider-Gel so in so einem Batzen dran. Und hier kann man das wirklich ganz vorsichtig aufnehmen und auf dem Nagel verteilen. Man kann damit marmorieren, geht wunderbar, irgendwelche Linien verziehen oder Materialien ineinander ziehen. Oder auch ganz schlicht und einfach, wenn man wirklich mal einen Rand modelliert hat, dass man es einfach nimmt, um die Ränder zu säubern. Auch dafür ist unser Helferlein Nummer 3 bestens geeignet. Mein viertes Helferlein. Das ist auch wieder so ein Stift, wie das Nählart Tool vorher fast schon. Aber hat eine ganz andere Funktion. Denn das ist ein Nagelhautradierer. Viele Mädel gerade, die sich selber zu Hause die Nägel machen, die sagen, oh, ich habe keinen Bock, mir jetzt so einen teuren Fräser erst zu kaufen, nur für die Nagelhaut zum Entfernen. Und dann probieren sie das mit Rosenholzstäbchen und Pferdefüßchen und was weiß ich nicht alles. Und oftmals ist es das Problem, dass man einfach wirklich nicht alle unsichtbaren Nagelhaut damit entfernt bekommt. Und dann hat man natürlich das Problem, dass Liftings entstehen. Und mit diesem kleinen Naturstein kann ich dann richtig präzise am Naturnagel die Nagelhaut entfernen, ohne dass ich dem Naturnagel schade oder dass irgendwie Feuerrillen entstehen, was ja mit dem Fräser auch schnell mal passieren kann. Sondern das kann ich damit wirklich richtig vorsichtig an mir selber verwenden, um Liftings zu vermeiden. Also das ist wirklich Gold wert, das Teil. Und dann habe ich noch, wo sie sind hin? Ah ja, hier. So ein kleines Helferlein, wo sich manche fragen, öh, was ist denn das überhaupt? Das sind so kleine, ich sage mal Gummipunkte. Und diese Gummipunkte kann ich einfach mir mit Farbgelbe malen. Denn ihr kennt es ja alle selber, wie ist das, wenn man dann Schieber aufmacht, reinguckt, oh, dann muss ich jeden einzelnen Topf nehmen, gucken, oh, was ist das, was ist das. So kann ich mir überall schön die Farbe oben drauf machen. Sieht erst mal cool aus. Und ich weiß eben auch wirklich, was in jeder einzelnen Flasche oder in jedem einzelnen Topf drin ist. Und das male ich mir dann einfach so hier oben drauf, härte das Ganze aus und klebe es mir dann oben auf das Fläschchen oben drauf. Und dann weiß ich immer, wie sieht das aus, was in dem Gefäß, also Tegel oder Flasche, was da drin ist. Ja, und das waren sie eigentlich schon, meine Helferlein. Ich hoffe, es hat es gefallen. Wir sehen uns bald wieder. Und bis dahin sage ich wie immer Tschüssi. Und bis dahin sage ich wie immer Tschüssi.